Hallo Schatz! Na, wie war dein Tag? Ähm... Hey, alles in Ordnung? Nee. Setz dich erst mal. Ähm... Meine Mutter hat mich gerade angerufen und meine Oma ist gestorben. Heute Morgen beim Brunch. Was? Beim Brunch? Und dann sind da alle vom Brunch gestorben oder nur... Was? Nein. Nee, nee, klar. Nee, das ist Quatsch. Aber wie kann es sein, dass gerade nur sie beim Brunch... Also... Sie hatte einen Schlaganfall. Und dort kam natürlich der Krankenwagen nicht so schnell hin. Ja, klar. Nee, das ist... Ja, ja. Ja, das ist weit weg, ne? Ach, das ist blöd, du. Gerade beim Brunch immer, ne? Ja, sie hat ja immer schon ganz gerne gebruncht. Ja, Brunch, Schlaganfall, Krankenwagen weit weg. Sie haben wahrscheinlich auch ihr Brunch-Outfit angehabt, oder? Ja, wir waren heute Morgen noch Lachs kaufen. Und da ging es ihr noch so gut. Ja, ja, ja. Nee, das... Das tut mir leid. Das ist ärgerlich, ne? Gerade beim Brunch. Das ist... Hm? Nee, das ist echt scheiße. Ja, 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 ja. Das ist ja eine Mischung aus Breakfast und Lunch. Hm? Lunch. Lunch, Lunch, Lunch. Gibt's eigentlich ein deutsches Wort dafür? Brunch. Zweites Frühstück, aha. Naja, hier. Brunch. Brunch. Komisches Wort, irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit der Bestattung machen soll. Mhm. Brunch. Und mein Opa ist jetzt komplett alleine. Brunch. Brunch. Okay, ich muss unbedingt Claudia anrufen. Hey, Claudia. Ich muss dir kurz was sagen. Meine Oma ist gestorben. Ja, die war unterwegs mit ihren Freundinnen, also mit Ruth, mit Bärbel. Waren alle zusammen, halt beim Brunch. Ja, Tim ist auch total getroffen. Ich frage mich, wer kümmert sich denn jetzt um die Beerdigung? Gute Arbeit. Originals.